Sie verabschiedet sich aus dem Rampenlicht Ruth Maria Kubitschek, 92, hat die deutsche Filmwelt seit 1966 maßgeblich geprägt und ihren großen Durchbruch mit Francis Dorbritkes dreiteiligem Kriminalfilm Melissa, gefeiert. Vor einem Jahrzehnt verkündete die Filmlegende das Ende ihrer beeindruckenden Schauspielkarriere nach ihrer letzten Kinorolle in »Frau Ella« an der Seite von Matthias Schweighöfer, 42. Doch nun, ein letztes Mal, tritt Ruth vor die Kamera, um sich den Fragen des Sternmagazins zu stellen. In ihrem abschließenden Interview gibt die 92-jährige Schauspielerin einen faszinierenden Rückblick auf ihre glanzvolle Karriere. Noch mehr alte Damen zu spielen, war nicht mein Ding. Die besten Rollen habe ich sowieso selbst geschrieben, offenbart Ruth mit einem Augenzwinkern. Der Druck der Öffentlichkeit und die Erwartungen haben sie dazu bewogen, sich aus dem Spotlight zurückzuziehen. Ich denke, jetzt ist alles gesagt. Schon 2018 hatte Ruth sich entschieden, dem Showbusiness den Rücken zu kehren. Damals sagte sie gegenüber der Münchner Abendzeitung, ich mache jetzt für euch diese große Ausnahme, und fügte hinzu, das wird mein letztes Gespräch für die Öffentlichkeit sein. Keine weiteren Interviews. Das war's. Tauche mit uns ein in die bewegende Welt von Ruth Maria Kubitschek und erfahre, warum diese Ikone sich nun endgültig aus dem Rampenlicht verabschiedet.